Hallo zusammen, ich bin froh euch etwas Neues präsentieren zu dürfen und zwar einen neuen Leak aus der kommenden Karte Overlord. So ist zumindest der Projektname dieses ganzen Geschehens. Diese Karte soll in Patch 097 erscheinen und ich will auch hier gar nicht zu viel erzählen, weil die Bilder sprechen für sich. Ich lasse euch jetzt deswegen mit der Musik von World of Tanks im Hintergrund in Ruhe und sage viel Spaß und bis bald. Ich lasse euch jetzt. 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 Ich lasse euch jetzt.